Prinz Andrew wird erneut zur potenziellen Gefahr für die britische Monarchie. König Charles und Prinz William planen, ihn stärker zu involvieren, allerdings nicht ohne Hintergedanken. Windsor, seine Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Geoffrey Epstein, 66, 2019, machte Prinz Andrew, 64, zur Persona non grata in Großbritannien. Er musste als arbeitender Royal zurücktreten, zudem entzog ihm seine Mutter Queen Elizabeth II. 96, 2022, 2020 alle militärischen Ehrendienstgrade. Geklärt sind die Verhältnisse zwischen Andrew, König Charles, 75, und dem Rest der britischen Königsfamilie dennoch nicht. Das Schlimmste, was er tun kann, König Charles und Prinz William wollen Prinz Andrews Buchpläne durchkreuzen. Bereits seit längerem versucht König Charles, Prinz Andrew zum Auszug aus der Royal Lodge in Windsor zu bewegen. Charles' kleiner Bruder macht allerdings keinerlei Anstalten, die 30-Zimmer-Villa gegen eine kleinere Bleibe wie das Frogmore Cottage einzutauschen. Noch weitaus größere Sorgen bereiten König Charles und seinem Thronfolger Prinz William, 42, jedoch die neuesten Pläne von Andrew. Wie eine Quell gegenüber dem Express berichtet, soll Prinz Andrew darüber nachdenken, ein Buch über seine Verstrickung in den Eppstein-Skandal zu schreiben. Es liegt ihm sehr am Herzen, den Sachverhalt über das Eppstein-Schlamassel und die daraus resultierenden Folgen klarzustellen, so der Insider. Ein Enthüllungsbuch à la Spare, DT, Reserve, von Prinz Harry, 40, lässt bei der Royal Family allerdings die Alarmglocken schrillen. Neue Andrew-Strategie von König Charles und Prinz William, richtet weniger Schaden an. Deshalb wollen König Charles und Prinz William jetzt offenbar ihre Strategie ändern, um Prinz Andrew besser unter Kontrolle zu haben. Es ist besser, Andrew in der Nähe zu behalten, als ihn auszuschließen, verrät die Quelle. Man hat das Gefühl, dass es weniger Schaden anrichtet, wenn man ihn mitten im Geschehen hält, als wenn er abtrünnig wird und von außen auf die Familie schießt. Bei privaten Unternehmungen wird Prinz Andrew also wieder vermehrt integriert, auf Wunsch von König Charles. So soll Charles III. während des Sommerurlaubs auf Belmorel angeordnet haben, dass Prinz William Andrew im Auto mit zum Gottesdienst nimmt. Das ist mehr, als er es sich hätte wünschen können, bestätigt ein Insider gegenüber der Mira. Bereits im vergangenen Jahr durfte Prinz Andrew mit William und Prinzessin Kate, 42, in Schottland zur Kirche fahren. Vor allem der an Krebs erkrankte König Charles soll es satt haben, sich ständig Sorgen über Prinz Andrews nächste Entgleisung machen zu müssen. Dies ist ein Thema, unter das er einen Schlussstrich ziehen möchte, so die Quelle. Dabei soll Charles sogar überlegen, Andrew die Reue lutscht zu lassen, dabei will König Charles auch erste Vorkehrungen für Königin Camilla, 77, treffen, für die er Prinz Andrews Unterkunft benötigen würde. Untertitelung des ZDF, 2020